Ja, ja, ihr meint, ihr kennt ihn? Wollt ihr wirklich was über ihn wissen? Hört zu. Ja, 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 ja. Er hört ihn zu öfter, ist er abgehoben, zu hoch geflogen. War es auch Dinge, die man fühlte, meistens nur gelogen. So sah vor Bäumen, sprich freut den Wald nicht ganz. Ein geheimnisloses Leben nennt man heute Pranz. Wie das eine zum nächsten, das nächste zum einen kam, erkannte er, dass dies Lektion eins war. Im Lehrgang, wie werd ich einsam? Es ging klar bis zum Tag, als er die Freundschaft brach, die irgendwie brach lag, war man sich nicht mehr als Tag sagt. Wo man sich mit Scheißmitteln und hinterm Rücken gegenüber Dritten versucht, seine Missgunst auszudrücken. Klar, sein Weg war anders, verlief jetzt disharmonisch, mit fließenden Übergängen, doch nicht kleidenden wie Honig. Nicht ganz so einfach wie ein Freund, der Familie sagt, der Junge ist so noch belastbar, war gefühlsmäßig unantastbar, sicherlich warf sie aus der Bahn. Als zum Ärger mit den Freunden noch der mit seiner Freundin kam, die jetzt meinte, wenn da keine Zeit mehr überbleibt, ist sie weg. Es ändert sich nichts, so oft man sich die Augen reibt. Wenn er sich heute an den Beginn zurückerinnert, schwankt die Meinungswischen nie mehr und den Scheiß für immer. Rücken sind begehbar, solange die Stadik stimmt. In Schlachten kann man siegen, wenn sie Taktik so mit sich bringt. Manchmal glaubt er es ja unten, doch unbedingt ist das Leben echt machbar, wenn er durch den Nebel findet, wisst ihr? Rücken sind begehbar, wenn die Stadik stimmt. In Schlachten kann man siegen, wenn es die Taktik so mit sich bringt, yo. Manchmal glaubt er es ja unten, doch unbedingt ist das Leben echt machbar, wenn er durch den Nebel findet. Es ist doch komisch, dass die Sache, wegen der jeder hinter ihm stand, so plötzlich mit sich brachte, dass Freunde nichts mehr verbannt. Dass er ohnehin schon seit ne Fahrt nicht so viel gegen Kraft aufbringen konnte, dass seine Freundschaft so schnell nichts hinrafft. Am Anfang war es Gläugigkeit, den er nehmen ließ, dass er sich nicht verändert und der Schuss aber sein Leisten blieb. Ruhige Kugeln, die er schiebt, werdet er erst verloren ne Stunde. Gegenwert für Stress ist sein Arm, ist heute in aller Munde. Doch ob's das auch nicht, was er als gut genutzt zeigt, vielleicht doch in die Zukunft reicht, wird man sehen, wenn etwas übrig bleibt. Man sieht sein Talent, das Kapital platziert im Markt und dope ist es nur, wenn es alles überragt. Vielleicht stellt er sich ja auch selber die Barrikaden, die spät und überwindbar scheinen und geht so kräftig baden mit dem Scheiß, dass schon bald überhaupt niemand mehr weiß, wer er ist, was er macht, wo er wohnt und wie er heißt. Man spuckt an seinen Namen gleichgültig aus wie Baseballspieler, doch eine gute Sache hat's, man nennt ihn Brealer. Rücken sind begehbar, solange die Stadik stimmt. In Schlachten kann man siegen, wenn's die Taktik so mit sich bringt. Manchmal glaubt er es ja unten, doch unbedingt ist das Leben echt machbar, wenn er durch den Nebel findet. Rücken sind begehbar, wenn die Stadik stimmt. In Schlachten kann man siegen, wenn es die Taktik so mit sich bringt. Manchmal glaubt er es ja unten, doch unbedingt ist das Leben echt machbar, wenn er durch den Nebel findet. Er hat sein Studium getroppt für diesen neuen Shop, um dann zu hören, über 500 verkauften Scheiben sah man Pop. Echt seltsam, dass die Zahl 500 magisch scheint, weil's die Kippe ist zwischen Floppen und viel zu erfolgreich sein. Freunde blieben, die ihn nicht nur durch Kneipen begleiten, sondern immer da waren und die Zähne zusammenbeißen. Auge um Auge, Zahn am Zahn, die Chemie tat. Und überall und nirgends, wo's drauf ankommt, gerade dort, wo andere Hände zusammenfallen. Mit Stoßgebeten an den Alten, Lektion Nummer 2 war, das Leben lässt sich selbst verwalten. Die Wahrsagerin ließ Linien in der Hand, am Ende war's wohl doch nur Verschwommenes, was geschrieben stand. Irgendwie unleserlich, wie ABC-Schützenschrift, weil jeder da sein Gift verspritzt, wo man halt verletzlich ist. Trotz der Probleme macht er weiter bis zuletzt, ohne Charts bestimmte Tracks oder wie klingt dieser Text? Rücken sind begehbar, solange die Stadik stimmt. In Schlachten kann man siegen, wenn's die Taktik so mit sich bringt. Manchmal glaub ich, ich bin unten, doch unbedingt ist das Leben echt machbar, wenn ich durch den Nebel bin, wisst ihr? Rücken sind begehbar, wenn die Stadik stimmt. In Schlachten kann man siegen, wenn es die Taktik so mit sich bringt. Manchmal glaub ich, ich bin unten, doch unbedingt ist das Leben echt machbar, wenn ich durch den Nebel bin, wisst ihr? Rücken sind begehbar, in Schlachten kann man siegen, wisst ihr? Stopping for nothing in my hand. Ja, wenn die Stadik stimmt, wenn sie Faktik mit sich bringt. Versteht ihr? Stopping for nothing in my hand. Ja, mein Leben ist machbar, wenn ich durch den Nebel bin. Ja, ja, ja. Stopping for nothing in my hand. Ja, Schusser, Scheril, Tiefdorf. Stopping for nothing in my hand. Stopping for nothing in my hand. I loved it. Untertitelung des ZDF, 2020